Jetzt... Achso, war ich gemutet? Yep. Achso, dann hab ich hier den falschen Regler reingemacht. Warte mal, hörst du mich jetzt noch? Jaja, jetzt hör ich den. Ahja, okay, alles klar, gut. Ich hatte gerade beide Regler runtergemacht wegen dem Chat. Achso, achso. Ja, ich hab dich auf einmal nimmer gehört. Ja, let's go. Ach, dann ist das was. Okay, okay, da scheint schon ein bisschen wie der Köttel läuft. Bleib mal unten. Hm, ja. Ja, okay. Haben wir die beiden da hinten, ne? Yes. Dann, let's go. Eps. Hinter dir. Ah, scheiße. Ah, ein Smoker. They want my giblets. Da haben wir. Da oben war ein Splitter. Ähm. Nicht unser Problem. Da, hast du ne Ballschirm? Ne, du hast ne Molo. Die liegt hinten, den hinten liegt deine. Ja, ich hab eine, deswegen. Ah, okay. Können wir's gut tun. Äh, kombinieren. Ja. Wo liegen denn die nächsten? Die nächsten Mal, die müssen kommen gleich. Reloading. 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 I got it. I got it. Eww. Eww. Hat sich so angehört. Ja. Seht ja doch ganz gut aus gerade. Ich hab mich mal eben. I got a heal. Eigentlich scheint, dass du können, dass das Advanced, ja. War grad ein bisschen besorgt. Ja. Wo ist denn der hin? Tja. Au scheiße. Nein. Dammit. Der Charger. Nee. Bin auf dem Weg. Ah ne, da ist er schon mehr. Komm. Alles cool. Oh, das sieht doch gar nicht so schlecht. Was ist mir da? Boah, grad wollte ich mich halten. Neun. Ah, kurz vor mei. Scheiße. Und jetzt kommt der Tank, ey. Das ist ja super. Ach, wo ist er denn? Ich würde ihm gerne mal den Molo vorabreichen, so langsam. Yes. War da hinten. Oh, Hunter. Down. Abstabber. Zeit zu. Achtung, 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 Achtung. Ja, uh, dann werfe ich. Yes. Dann werfe ich gleich mal ne Pulcher dazu. I believe that. Dann nehm ich schon mal hier den Defip mit. Jawoll. Ah, Fatal Arrow, ich hol ihn. Ich hol ihn. Let's see you. A Tank ist glaub ich bei Rochelle, oder möchtest du Rochelle? Ey, der ist hier hinten gerade. Der möchte du zu mir. Scheiße, der ist bei mir. No! Fuck my Earth! Ey, ich hasse ihn, ne? Ich hasse ihn. Es ist er down. Ey, ich hab Pilz genommen mich geheilt, ey. Die sind... Oh, scheiß Zombie. Much hate. So. Boomer. Ich hab den Boomer angewohnt. Hehehe. Boomergelle. Versus stelle ich mir das gerade übrigens extrem ekelhaft vor. Ey, wenn ein Splitter kommt und die ganze Zeit die... die fucking, äh... Kanaster da anspittet. Ja, das stimmt. Wärst du so viel wappen halt ohne? Ja. Ist sogar schon mit. Einer fehlt noch. Ey, mach denne! Da oben ist er. Go, go, Buffalo! Hat jemand bugt, dass der letzte nicht gespawnt ist. Pizza? Ja. Was? Gas Tank, oder was? Ja, wir haben einen zerstört. Oder der Splitter hat einen zerstört und dann ist er nicht mehr gespawnt. Ha! Im Regulären, oder was? Ja. Dacht schon im Versus. Ne, ne. Weil es ist ja relativ selten, dass... dass die mal intelligent sind. Ja, das war auch eher zufällig, weil ich neben dem Gaskhan gelegen bin. Nein, 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 nein! Please! 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 Jeder hat im Auto direkt. Ah, wir können weiter... wir können losgehen. Go, go, go! Bin auf dem Weg. Go! Do it! Do it! Do it! Ja, du musst alle die Zombies von dir weghalten. Ja, ich bin dabei! Hat es gereicht? Ich glaube, oder? Werden wir gleich... Nein! Ich bin down! 100% Dicke, schon mal weg. Nein! Das sind alle zwei Maps im Scheiße. Hahahaha! Wie dreckig ist das denn, ey? Ah gut, ich glaube, der andere war unten, also down. Ja. Und dann wollte Rochelle ihm helfen und ich glaube, dann hat sie der, der Dings angesprungen, angesprungen, der Hunter. Das blöde war, ich hab diesen scheiß Kanaster reingemacht, hab den Zombie halt weggestoßen. Und genau dann, als ich meine Waffe wieder nehmen konnte, hat er mir den letzten Schlag gegeben, der Sack. Ah, das war ja auch nur noch grad noch ein Millimeter, der gefehlt hat, ey! Das war echt... Ahhhh! Einmal bin ich auch schon gestorben, aber das war Kampagnen-mäßig. Ja. Na gut! 100%ige Survival Rate wird trotzdem weiterhin noch aufrechterhalten mit den restlichen Maps. Ja, das ist 100. Ja eben, das war ja quasi... Das ist genau wie bei Sacrify's eigentlich auch. Ja. Weil eigentlich hättest du mich ja gehabt, der Hunter war einfach nur wärstig. Egal! Nächste Episode übrigens The Passing. Ja. Wie ich gestern gesehen hab. Und... Dann hoffe ich, begrüßen wir euch dann auch wieder. EgoTrip. Bis dann.